Einheit bereit. 2 Meter haben Gu in der Nähe eines Katalystzentrums gesichtet. Hilfe. Ein Katalystzentrum wird angegriffen. Steckel nicht. Ach, der kann die Einheit jetzt bauen, oder was? Kommen wir als Zukunft zusammen. Kommen wir zur Hilfe. Du weißt. Einheit bereit. Einheit und Produktion. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Wieso habe ich eigentlich... Hm. Irgendwie habe ich eine... Einheit in Produktion. Ach, da hockt der andere noch. Ich habe noch keinen Bomber. Ich höre. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Weg. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Gucken wir uns hier nochmal um. Einheit wird angegriffen. Ich möchte ja noch weitere Anlagen bauen. Beginne mit Konstruktion. Wird erledigt. Nicht, dass hier noch irgendwo was fokst. Das wäre ja ungünstig. Oh nein. Oh nein. Einheit bereit. Wir haben doch Luftstreitkräfte. Wir haben doch... Einheit in Produktion. Ein Katalystzentrum wird angegriffen. Müsste ich denn? Ah! Einheit bereit. Einheit bereit. Stecke Schaden ein. Panzerung kompromittiert. Extraktor fertiggestellt. Artillerie rückt vor. Panzer einsatzbereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Das geht nicht. Das geht nicht. Verstören! Zellen isoliert. Na toll. Luftschreibtkräfte. Einheit in Produktion. Das sind meine Luftschreibtkräfte. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Habe ich noch irgendwo hingeschickt? Ach da sind sie bereit. Ziel bestätigt. Angriff. Bereichtigkeit. Da ist das gut, da ist das gut. Vor allem wir jagen es im Prinzip hin und her. Ich versuch's. Welches? Oh. Okay, da müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen Verstärkung entschicken. Bisschen. Ihr seid Luftstreitkraft 1, 2, 1. Mal ausrücken und ihr auch mal ausrücken. Haben wir es jetzt eigentlich? Hilfe ist unterwegs. Nein, natürlich nicht. So, jetzt komm. So viel Leben hat das Ding doch nicht. Danke. Ich hoffe, das spawnt nicht irgendwo. Also, dass man Einheiten nicht heilen kann, das riecht nicht so auf. Komm schon, lass dich heilen. Man kann doch wohl Sachen reparieren im Leben. Leitungskreuz fertiggestellt. Leitung fertiggestellt. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Einheit wird angegriffen. Die Meter haben Gu in der Nähe eines Katalystzentrums gesichtet. Selsse online. Gucken wir uns noch mal kurz ein bisschen um. Ein Katalystzentrum wird angegriffen. Dass hier jetzt auch wirklich nichts mehr ist. Unterstützung bestätigt. Warte, was hockt denn da alles? Scimitar online. Achtung. Boom, boom. Stützt den Himmel auf. Einheit wird angegriffen. Okay, und die, ja, die fliegen natürlich direkt über die, ja, was ist das? Ich bin getroffen. Hm, ich weiß. Einheit bereit. Das ist so eine blöde Kacke. Einheit bereit. Okay. Einheit in Produktion. Ähm, Luftseinheit, nehmen wir Luft, take up grades. Und zwar, wo war denn der Mist? Äh, das ist du? Das ist du? Einheit bereit. Ah, ne, hier, glaub ich. Luftplätze können wir auf der Seite an, genau. Ja, das da. Beginne Luft-Tech-Upgrade. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Was macht ihr hier? Übernehme die Spitze. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Nächstes Z1-Katalyst-Tentrum wird angegriffen. Artillerie bereit. So eine Pumperei. Sensor bereit. Einheit bereit. Zack, 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 zack. Einheit bereit. Ähm, ihr solltet, ja... Online. Online. Zusammen an Zielpunkt zusammen. Unsere Super-Armee schicken, stellen wir einfach gleich mal hier. Vielleicht hab ich so viel Zeug. Mehr Speicher. Einheit wird angegriffen. Riesige Speicheranlagen. Beginnen mit Konstruktion. Einheit bereit. Tag Upgrades. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Sie werden uns dabei helfen, die Gu zu bekämpfen. Einheit in Produktion. Beobacht, du kannst dich Tarn brauchen welche. Einheit bereit. Ja, das klingt ganz lustig. Einheit in Produktion. Beginne Tarn-Tech-Upgrade. Das ist aber nicht ganz frei. Beginne Konjunktur-Tech-Upgrade. So, ähm... Nie wieder haben Gu in der Nähe eines Katalystzentrums gesichtet. Authentifiziert. Macht's kaputt. Silo fertiggestellt. Einheit bereit. Ihr zieht euch jetzt erstmal über den langen Weg zurück. Da wir nicht in die Luft verwehren. Schlagen uns durch. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ja, okay, das ist nicht wahr. Muss noch warten. Zimitar bereit. Authentifiziert. So. Kampf aktiviert. Warte auf Instruktionen. Dafür interessiert er sich irgendwie überhaupt nicht. Zellen isoliert. Hm. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Jetzt stecken wir einfach mal den Wald. Einheit bereit. Oh, wir sind voll. Okay. Einheit bereit. Die Technik sind wir noch nicht durch. Oh Gott. Ich kann sehr viel speichern. Ja, das ist... Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Ich stelle dir vor, da wird eine Bombe hochgehen. Beginne mit Konstruktion. Einheit bereit. Luft-Tag-Upgrade abgeschlossen. Lop. Me-Beta haben Gu in der Nähe eines Katalystzentrums gesichtet. Schwere Einsträge. Lös. Einheit in Produktion. Achter. Poutine überprüft. Kommt, haben die schon wieder... Hallöchen. What the fuck? Na, 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 na. Erstmal hier anreifen. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Was ist das denn für eine Bombardierung? Alter. Einheit wird angegriffen. Kann ich da nicht rein? Wieso kann ich da nicht rein? A-Tri rückt vor. Komme zur Hilfe. Wechsel in Stärkung. Tonnenweiß an Einheit sind gerade vorweckt. Durch irgendein fettes Schwerfeuer. Einheit in Produktion. Kampf-Routinen wiederhergestellt. Kampf-Routinen wiederhergestellt. Die zwei fliegt dahin. Alter, warte Instruktionen. Jetzt kenne ich gleich meinen kleinen Süßen. Ich werde die Folge einfach nachhinein gleich wieder teilen, wenn sie beim Schneiden. Bin bereit. Ja. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ich hab dich ge... Ach so. Ich muss eh hinten lang. Wusste ich nicht. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Konjunktur-Tech-Upgrade abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Beobachter online. System kritisch. Das kann ich das hier nur noch... nur Panzerbauten. Ich dachte, das könnte mir noch zerstören. Ich mach dich an. Kampfsysteme aktiviert. Ich höre... Ah! Danke. Einheit bereit. Neu aufladen. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Direkt fett. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Die ist doch jetzt gezahnt. Die kann sich doch jetzt hier umgucken. Raffinerie fertiggestellt. Juhu, sie bauen auch noch mal was anderes. Nebeta haben Gu in der Nähe eines Katalystzentrums gesichtet. Das erklärt das verschlossene Tor. Das Zerstören dieser Nester sollte uns den Zugang erlauben. Extraktor fertiggestellt. Natürlich. Okay. Sofort, Commander. Sicher. Scanner. Alter, schaut euch diese Artillerie an. Einheit wird angegriffen. Ich bin getarnt. I'm stealth. Schnell. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ich höre. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Komm. Toll. Sense ist bereit. Einheit bereit. Das sind Haubits. Einheit in Produktion. Bereit. Weiter hier hoch. Ja, ich habe doch dicke Lager. Also auch wenn... Natürlich habe ich jetzt auch eine enorme Wirtschaft. Ich bombe mich einfach durch. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Hoffentlich ist das, was sie meinen, wenn ich mir jetzt hier zerstöre. Weil ich da durch kann. In Position. Bombardierer. Lancer. Extraktor wird angegriffen. Einheit bereit. Übernehme die Führung. Ziel bestätigt. Angriff. Milimeter haben Gu in der Nähe eines Katalystzentrums gesichtet. Siehkündchen. Da muss ich kurz mal... Ich komme nicht wieder. Ach, das ist für euch nur ein Glich-Ehen-Unter. Das Tor ist gesichert. Erlaubt uns schneller Verstärkung in dieses Gebiet zu holen. So. Jetzt geht's weiter. Okay. Ihr habt für euch das eh nur einen Schnitt vergangen. Ah, gut. Das Tor ist jetzt offen. Wunderbar. Funktioniert auch alles. Nicht deiner Ernst. Na? Oh, Polo. Fun, wir haben sie fast. Alter, wie viel Artillerie. Äh, 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 raus, 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 raus. Einheit in Produktion. Bereit zum Einsatz. In Formation. Ernsthaft, wie kommt denn da das Gu hin? Schlitz den Himmel auf. Ein Katalystzentrum wird angegriffen. What the fuck? Stalker verstanden. Wir haben die ganze Truppe ausgeschaltet. Artillerie bereit. Finde ich gerade gar nicht mehr toll. Finde ich gerade gar nicht mehr toll. All rein. Kommen an Zielpunkt zusammen. Unterstützung bereit? Ähm. Ihr Lade. Warte auf Flugplan. Genau, genau. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Wir marschieren da jetzt erstmal komplett rein. Visier kalibriert. Wird erledigt. So, wunderbar. Einheit bereit. Einheit in Produktion. So ist zu klein. Artillerie rückt vor. Leiste Unterstützung. Meine Panzerbrigade bitte vorn an die Front. Standort erreicht. Einheit wird angegriffen. Boah, dann kommt die Tal kommt dann wieder die Scheiße. Einheit bereit. Einheit. Dort ist das Zentralkommando. Es wurde von Gru überrannt. An alle Drohnen verteidigt. Singleton und recht durch. Ähm, okay. Florte auf Instruktionen. Wessel in Stirlung. Sofort. Ja, das ist das Zeug. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Abgeschlossen. Kommen zusammen. Och, nicht dein Ernst. Laut und deutlich. Einheit bereit. Hier läuft die Artillerie-Rom. Einheit in Produktion. Eroberung. Hallo? Einheit bereit. Einheit in Produktion. Was ist das? Boah, stirbt. Eroberung läuft. Äh, mal wieder aufladen. Sensor bereit. Ziel bestätigt. Angriff. Übernehme die Spitze. Ach, kommt aber eine Menge Gu. Das ist, nein. Ziel klar gemacht. Wir kontrollieren den Luftraum. Oh, das ist doch jetzt so langsam nicht mehr dein Ernst. Angegriffen. Ballert sie auf alle Lächerwein. Extraktor zerstört. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Holt die Verstärkung ran. In den Übrigen. Einheit bereit. Aber wo kommt das denn wieder her? Einheit in Produktion. Ein Katalyst-Zentrum wird angegriffen. Löschen sie aus. Bereits der Fanggriff. Bitte das bitte jetzt vernichten. Routinen überprüfen. Schlagen uns durch. Ziel klar gemacht. Nein. Ich will meinen Katalyst wieder haben. Foto. Bereit. In Position. Einheit bereit. Danke. Kommen an Zielpunkt zusammen. Weiter bombardieren. Beginne mit Konstruktion. Übernehme die Führung. Einheit bereit. Wiii. Einheit bereit. Wiii. Information. Ist noch mehr von dem Zeug. Achtung. Extraktor fertiggestellt. Äh. Wir brauchen mehr. Einfach mehr von allem. Wird erledigt. Bereit für Ziel. Haben wir eigentlich noch Tech-Upgrades? Ja, hier vielleicht was. Alten Tarno. Wie viele Meter haben Gu in der Nähe eines Katalyst-Zentrums gesichtet? Artillerie-Wächter und... Ne, das da. Beginne Artillerie-Tech-Upgrade. Artillerie-Rück-Vor. Hüi. Boah, nicht dein Ernst. Einheit in Produktion. Wechsel in Stellung. Es geht einmal. Ich auch nicht. Blödes Buch. Bereit. Übernehme die Spitze. Ich habe eine starke Luftwaffe. Authentifiziert. Schlitz den Himmel auf. Moment mal, ist das alles? Na ja, haben wir dich? Kampfroutine wiederhergestellt. Okay, gut. Dann, ähm... Oh, das ist nicht dein Ernst. Übernehme die Spitze. Kampf aktiviert. Weiter Bomben. Singleton, viel Spaß. Ziel aus der Fall. Einheit wird angegriffen. Aber ich finde es eher lustig, dass hier überhaupt noch überall kleinere Verteidigungsstellungen der Beta sind. Wenn man bedenkt, dass eigentlich alles... Warte auf Instruktionen. Ja. Isoliert. Hier besetzt ist vom Gu. Gemeinsam angreifen. Mein Ziel angreifen. Tadah. Singleton. Warte auf Befehle. Ich finde es lustig, dass er ein Schwert hat. Ist eigentlich bei Gu keine gute Idee. Aber gut. Alles klar, Singleton. Sie sind an der Reihe. Ich schicke Lucy ein paar Drohnen zur Unterstützung. Und einen Transporter, um sie abzuholen. Weißt du das gar nicht? Meine ganzen Drohnen hocken daneben einfach um zu gucken. Einheit wird angegriffen. Mission erfolgreich. Und wir haben auch das Bonus-Ziel erfolgreich hergelegt. Singleton, wir haben die Gu aufgehalten, solange wir konnten. Die verbliebenen Kräfte kehren zum Terminal zurück. Machen Sie, dass Sie da rauskommen. Negativ. Ich bereite die Sprengung des Katalysts vor. Machen Sie, dass Sie sofort da rauskommen. Vorti kuchen. Lucy? Lucy, wenn Sie mich hören können, halten Sie sich vom Terminal fern. Tada, feindliche Anlagen. Ja, die hat eine Menge. Ach, das geht noch weiter. Okay. Aber hier ist erstmal Folgenstopp. Oder keine Ahnung, wie ich das dann schneiden werde. Damit sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wiedersehen. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.